Cochum ist die Kreisstadt und gleichzeitig der größte Ort im Landkreis Cochum-Zell. Cochum war schon zu Zeiten der Kelten und Römer besiedelt. Im Jahr 886 wird es erstmals als Villa Cochema in einer Urkunde erwähnt. Heute ist Cochum ein staatlich anerkannter Fremdverkehrsort und befindet sich direkt am Mosel-Ufer. Die Mosel entspringt in Frankreich und ist mit 544 Kilometern Fließstrecke der zweitlängste Nebenfluss des Rheins. Im Winter und im Frühjahr führt die Mosel an manchen Tagen Hochwasser. Mehrfach wurden die Uferpromenade und auch dahinterliegende Straßen mit ihren Geschäften und der Gastronomie überschwemmt. Die Cochumer Altstadt mit den alten Gebäuden ist besonders sehenswert. Die vielen Reste der historischen Stadtmauer mit den alten Befestigungswerken erzählen von der Vergangenheit Cochums. Die Reichsburg Cochum ist eine wunderschöne Burganlage. Die Burg ist ebenfalls das Wahrzeichen der Stadt. Als sogenannte Gipfelburg gehört sie zum Typus der Höhenburgen. Eine Burganlage in Cochum wird erstmalig in einer Urkunde vom 17. März 1130 sicher genannt. Von der Burg aus hat man einen wundervollen Blick auf Cochum und die Mosel. Führungen durch die Reichsburg sind möglich. Die Reichsburg sind möglich. An der Mosel liegt ein Weinbaugebiet mit einer Anbaufläche von etwa 10.540 Hektar. Der hier produzierte Riesling kann direkt beim Winzer oder in gemütlichen Weinstuben probiert werden. Die Mosel ist als eine der schönsten Flusslandschaften der Welt bekannt. Verschiedene Schiffstoren können direkt am Mosel-Ufer gebucht werden. Verschiedene Schiffstoren können direkt am Mosel-Ufer gebucht werden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch zu meiner Motivation ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden. Bis zum nächsten Mal.